Ja jetzt sind wir hier oben in der Kreuzigungsgruppe angekommen. Hier ist erst mal, ja wir sind sehr hoch erst mal und ja und können jetzt erst mal genießen und werden gleich wieder runter gehen damit wir auch die Lifte Malereien sehen können und hier seht ihr die Kreuzigungsgruppe. Da gehe ich gleich noch mal näher ran und hier ist Oberammergau der Plan von der Orientierung her und hier habt ihr noch mal eine, ja einen kurzen Beitrag und hier seht ihr das noch mal, ja. Okay.